Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Fuck Right. Meine Güte, du klingst ja als wärst du 200 Jahre alt. Mein Opa hat bessere Sprüche drauf als du. Okay, ich mache ihn alle. Reiß ihm den Arsch auf und trete ihm die verdammte Rübe ab. Besser. Cool. Da sagt noch einer, du seist nicht lernfähig. Gut. Ja, verdammt, nur fünf Schuss. Okay, äh, da drüben war er doch gerade, oder? Hm. Verdammt. Okay, Lenke, Flanke und so weiter und so fort. Wir haben noch genau zwei Schuss. Noch genau ein Schuss. Äh. Okay, Moment, sehe ich. Keinen. Hm. Hm. irgendwo irgendwo muss er gehen ja sein ich sollte ihn eigentlich im visier haben aber da ist niemand vielleicht hinter diesem baum oder gestein da ist er gut verdammt oh dieser medikit ist nur teilweise brauchbar keine bewegung verdammt die die war gut die umsetzung war nicht so gut also ziehe ich das baby ran und als ich es neben dem boot habe pumpe ich ihm eine kugel in das hirn ist verdammt schnell verrückt willst du haifisch essen ich reiß denen nur die zähne aus und häng die auf man wird das cool aussehen ich würde mich besser fühlen wenn du was jagen würdest dass wir dann auch essen können ich für meinen teil es kein verfluchten heifisch okay kein verfluchten heifisch ja also zuerst einmal inatmen und gut zwei wurden schon erledigt okay Äh, okay, oh Verdammt einer ist schon in der Nähe Jetzt noch mehr Gut, gut Aha Dann wechseln wir die Waffen Oh Gut So, drüben war aber einer Ich glaube der ist nicht markiert Hm Ah Da drüben Moment So Sehr gut, oh Perfekt Jetzt fehlt nur noch dieser da Wie Wir hatten den doch gerade noch Verdammte Scheiße Siehst du was War da nicht was War da nicht was Haben wir hier unten noch Rüstungen zu Hast du das gesehen? Was gesehen? Oh Fuck Den hätten wir auch besiegt Sehr gut Gut Die Frage ist nur Wer bleibt noch übrig? Hm Das ist ein kaputter Bruder Okay Wir haben uns hier in Schwierigkeiten gebracht, weil Ich dachte es wäre vielleicht in der Nähe irgendeine kleine Basis oder so etwas, wo man sich ein bisschen heilen könnte Aber Aber das scheint nicht Ja, nichts davon zu sein Sie hinterlassen nicht mal mehr Ja Panzerung Gut Aber deshalb sind wir nicht hier Wir sind hier um zu töten Und um Wie hieß die Trulle nochmal? Gertrute? Um Gertrute hier zu retten Das ist unsere primäre Aufgabe Was war das? Das klang wie ein Gong Als hätte man ein Gong geschlagen Aber warum sollte man ein Gong schlagen? Okay Die eine Munition haben wir schon genommen Es scheint Gut Hier oben scheint alles leer zu sein Und schon wieder ein Gong So Kurz anschleichen Das ist gefährlich hier Gut Mehr Munition für meine Lieblingswaffe Die P90 Fuck Ich wollte eigentlich nur sehen Was da los ist Okay Spiel gespeichert Zwar ein scheiß Moment Um das Spiel zu speichern Aber okay Gut Wir haben hier Licht Gut Sie sind alle gestorben Noch bevor sie wüsst Ähm Gewusst haben was los ist Gespeichern Okay Was hätte ich jetzt nicht nehmen sollen Siehst du was? Siehst du das auch? Da ist der Zeit für eine Tracksprügel Ähm, Moment Und Fuck Aber gut Bevor wir da weiter gehen Vielleicht gerne wissen Vielleicht gerne wissen Was auf der anderen Seite ist Gut Gut Darüber kann man gehen Also Muss es irgendetwas da oben geben, oder? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay Okay Gut Sie werfen Dynamit runter Oder was werfen sie runter? Wow Okay Der Pisser ist tot Der hatte aber eine geile Waffe Also gehen wir langsam nach oben und schauen uns das mal an Das Spiel wurde gespeichert Verschwinde Wir haben ihn Und deckt der Kerl Aha Sie haben mich Wir haben das alle gehört Sie haben mich So, kurz nachladen Warte Warte Okay, was haben wir hier? Wir haben noch genau zwei Schuss Das ist mir Wow Wow Aha Perfekt Du kannst mich mal Gut Gut Noch ein Schuss Und das würde ich gerne für diesen Oh Lackaffen verwenden So Es gibt verdammt mehrere Möglichkeiten da rein Und die eine haben wir gerade Und die eine haben wir gerade Er hat gedacht Angestellt Gut, 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 gut Verdammt, ich hatte gerade mein Leben erst neu aufgefrischt, dieser Wechser Aber gut Aber gut Aber gut Gut, kurz nachladen Verdammt Verdammt Okay Okay Und gut Ich glaube ich habe alle getötet Und da ist ein Wir haben ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden entdeckt Ich hoffe einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Finde ich gerade auch Was für was war das? Mhm Okay Ich komme nie da rumgewichten Also lass mich in Ruhe Und meine Stimme versagt Oh Dann ist es Zeit mal wieder die Knarre hier zu nutzen So 350 Schuss Okay Uh, was ist das? Was ist das? Das ist ja schön Siehst du das auch? Doll! Von mir aus können wir Getrollt, ich arbeite dran Fuck Ich hätte vielleicht unten durchgehen sollen Wir haben kein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden bewegt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Ja finde ich auch So So, bitte Nachladen Okay, das hätten wir geklärt Verdammte Scheiße Eigentlich wollte ich nur nach unten Da So Jetzt haben wir alles wieder Alles wieder voll Was da Wer schießt auf mich? Doll! Von mir aus können wir Getrollt, ich arbeite dran Ooooooh Fuck Wir haben ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Ja, ja Ei Ooooooh Auf einmal kennen wir mich nicht mehr Das ist ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Dachtest du mir Dachtest du mir Wir haben ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Äh Aaaaaah Sie wurden entdeckt Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Warum kann ich nicht Vielleicht Komm schon Gut So jetzt kann ich wieder laufen Oh So Gut Ich glaube ich habe es jetzt Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten So So Und jetzt sollten von da auch irgendwelche Ziele kommen So So Also gut Verdammt Fuck Okay Scheiße Wir haben da ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Mhm Finde ich auch Finde ich auch Finde ich auch So wo ist der Heli? Und 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 Aaaaah Was hat mich jetzt getroffen? Das ist nicht gut Was ist der Heli? Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Oh Der hat vielleicht Nerven Ja Der hat vielleicht Nerven Ja hat er Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Finde ich auch Finde ich auch So Da vorne ist hier gleich das letzte Sobald ich die hier alle habe Es kostet verdammt viel Energie hier rauf zu springen Eine scheiß Treppe die normalerweise jeder drüber gehen kann Wenn ich den scheiß hasse Aber gut Ja Wir haben ein Problem Sie haben anscheinend die Türen zum Kommunikationszentrum verschlossen Das ist nicht gut Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie Ich werde versuchen das Schloss von hier aus zu überbrücken Warten Sie Der hat vielleicht Nerven Ja Das hat er Sie wurden entdeckt Ich orte einige Luftziele die sich Ihnen nähern Sie scheinen von Norden näher zu kommen Das sind ja gute Neuigkeiten Mhm Finde ich auch Finde ich auch Gut Zwei habe ich schon mal erledigt Der Schiff von unten und das Riesenflugzeug Dingens So, na endlich So, na endlich So, na endlich Oh fuck Oh fuck Toll, von mir aus können wir Sehr schön Sehr schön Ein bisschen schneller wenn ich bitten darf Mein Gott Das ist nur löschen hier Das war's Das Sicherheitssystem ist geknackt Schnellcheck ins Gebäude Ins Gebäude sagt er ins Gebäude Hm Ich glaube das Sicherheitssystem ist später auch noch geknackt oder? Sehr gut Ich hätte zuerst schießen sollen und dann einsammeln Das sollte mich jetzt am Leben erhalten Äh gut, aber ich würde sagen das war's für diese Folge Danke Also liebe Leute bis zum nächsten Mal Ciao Oh 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 Oh